Herbert Hoos ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Hoos spielte als Jugendlicher für Viktoria Walterschaff und Viktoria Aschaffenburg. Von 1983 bis 1990 stand der defensive Mittelfeldspieler in 133 Bundesligaspielen für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz und erzielte dabei sieben Tore. Bis zum 4. Februar 2006, als ihn Daniel Halfer ablöste, war er der jüngste Bundesliga-Torschütze des FCK. Der Rekordtreffer erzielte er am 1. Oktober 1983, als er 18 Jahre und 75 Tage alt war. Sein erstes Bundesliga-Tor war der Ausgleichstreffer zum 2 zu 2 beim 3 zu 3 im Heimspiel gegen Werder Bremen. Seinen ersten Einsatz in der Liga hatte er knapp vier Wochen nach seinem 18. Geburtstag gehabt. Am ersten Spieltag der Saison 1983-84 wechselte ihn Trainer Dietrich Weise in der 73. Minute in der Begegnung beim Hamburger SV für Axel Brummer. Ein. Bei den Pfälzern gehörte er sieben Spielzeiten zum Stammpersonal. Seinen letzten Einsatz in der Bundesliga hatte er am letzten Spieltag der Saison 1989-90. gegen den 1. FC Nürnberg. Wie sein erstes endete auch sein letztes Bundesligaspiel mit einer Niederlage. Am 17. April 1984 wurde Hoos zum einzigen Mal in der U21-Nationalmannschaft eingesetzt. Beim 0 zu 0 gegen Griechenland in Aschaffenburg wurde er für den Braunschweiger Michael Schaik eingewechselt. Von 1990 bis 1994 war er bei Rot-Weiß Frankfurt aktiv und von 1994 bis 2001 führte er als Spielertrainer den FC Ellenbach zu drei Meisterschaften. Und von der B-Klasse über die Bezirksliga bis in die Landesliga.